Hallo, ich bin die Vivian. Hallo, ich bin die Lili. Und wir zeigen euch heute unser Grätzl. Wir haben einen Laden in der Neubaugasse mit einem Fokus auf etwas, was abseits vom Alltag ist. Die Westbahnstraße hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt. Es sind ganz viele neue Boutiquen gekommen, auch viele Freunde von mir und deshalb zieht es mich eigentlich auch fast jeden Tag einmal dorthin, um einen Kaffee zu trinken oder sich eine Ausstellung anzuschauen. Gerne mag ich den Ulrichsplatz, weil er für mich einfach ein Ort ist, wo man zum Mittag essen kann, einen Kaffee am Nachmittag trinken oder abends After-Work-Drinks nehmen kann. Es ist einfach ein schöner Platz mitten drinnen. Für uns ist der Bezirk einfach perfekt zum Arbeiten, zum Leben und zum Wohlfühlen.